Ich würde mich auf noch einen Support sehen. Nee, du nimmst das, was kommt, Zola. Am Ende füllen wir eh alles auf. Ja, ja, gut, schrei mich nicht an. Also, die Regel ist wie immer. Wir machen alle Orphil, wir spielen das Fill, was kommt. Aber wir spielen keine Rolle doppelt. Das heißt, am Ende des Tages haben wir alles einmal gespielt. Ich bin wieder Support. Okay, also... Okay, also einer darf, muss mit mir swappen. Ich merke, die Freiwilligkeit ist sehr groß. Ich supporte dich, Maxim. Das wird gut. Du supportest mich? Ja. Oh, das ist schlau. Ja. Nice. Maxim, also jetzt... Also, soll ich jetzt auch Support spielen, oder? Bist du jetzt Support? Hä? Warte mal, ich bin jetzt verwirrt. Warum stehst du in der Base? Weil du ein Item... Weil ich nicht weiß, was ich kaufen soll, wenn du trollst. Oh mein Gott, ich bin dumm. Ich sehe das jetzt erst. Oh mein Gott. Hä? Weil der das vorgeschlagen hat. Ey, es tut mir so leid. Das ist aber echt nicht schlecht. Support-Chin ist das Ding, mach einfach. Ne, was machen wir jetzt? Bin ich jetzt Support-Chin? Nein, du verkaufst den... Du verkaufst gleich dein Item. Ich farm jetzt die ersten. Du verkaufst dein Item gleich. Und dann starten wir halt mit die jeweils 400 Gold Minus. Ich bin so dumm. Ich muss ja die ganze Zeit was drücken. Mal lieber ganken, Mann. Junge, ich hab 600 RPM hier beim Jungle Club beruhigt sich. Ich hab die ganze Zeit Knöpfe ready. Was ist das? Hier. Sola. Sie ist full live. Ja und? Ich bin Kiana. Ich hab hier aber Bock. Sehr gut, ich hab's vielleicht provoziert. Auch stabil, auch stabil. Okay, ich hab... Nicht so stabil mehr. Wieso konnte ich sie jetzt nicht anspringen? Das verstehe ich nicht. Komm, ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit. Jetzt gehst du mal Base. Ja. Dann holst du mal Dorans. Und verkaufst, wichtig, dein Support muss weg. Bist du bei so einem Maximian, ne? Ich bin fast in Weh-Reichweite. Snaxy! Ich kann das Team überspielen. Ich bin Support, du musst den Kill nehmen. In fünf Sekunden hab ich erst wieder weh. Aber ich mach's trotzdem. Boah. Für die Stacks. Viele Älteste sind jetzt hier unten in den Farm genommen, aber nicht. Ich brauch den Dark-Haves-Stack. Ich hab es bravig. Nein. Ne. Uli, hilf mir aber bitte. Ich hab Kutscher noch nie so verzweifelt gehört. Ja, wenn du wüssten würdest, was hier passiert ist, Level 1 mit dem Kill. Ich hatte den Save und du hast einfach geflasht. Das war der größte Heist, den ich je gesehen hab. Maxim, also jetzt... Also, soll ich jetzt auch Support spielen, oder? Ja, ich hab jetzt Support. Ey, 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 meiner! Du, kleiner Rixner! Ey, warte mal, ich bin jetzt verwirrt. Das soll ich ja gar nicht sehen, ich hab das gehört. Ich hab beide Teams benutzt. Was soll ich jetzt machen? Weiß ich nicht, ich will den Kill haben. Hallo, Oriana. Mein Gott, was ist das denn? Also, ich hab welche Blue-Buff, ne? Ich brauch eure Unterstützung. Ich werde ungeheißt. Also, was hat die Wand dir denn jetzt getan, Brücki? Brücki, 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 die unimpft! Ich kann jetzt nicht. Mann! Ihr verarscht mich! Alter, ich werd so sabotiert hier. Wir müssen uns irgendwas ausdecken. Die Mitteln, das sieht katastrophal aus. Aua. Die Alley macht ja voll Spaß. Ähm. Da passiert nix. Ist die auch Level 6? Ich hab W, ja. Hier, guck. Ich bin auch auf dem Weg nach unten. Du hast eine Ult, ne? Ja, aber dann sterb ich ja. Wenn ich jetzt Ulte, drückt sie eher auf mich und bin tot. Hm? Stimmt's? Oder hab ich recht? Die Ult war ja raus. Ne, ich meine, die... Ah, Lux war gar nicht Level 6. Ich komm Mitte, ich komme. Ja, was soll ich machen, Mann? Die ist so fett. Wollt die drei Kills. Das ist schwierig. Jungler? Wüsste ich jetzt auch grad nicht. Wollen wir mal das Horn blasen? Ja, blas mal die... Ich komm auch noch. Ich komm auch noch jetzt. Aber Mitte geht auch, oder ne? Ja, warum ist das da? Du hast verfehlt? Du, ja, die ist geflasht. Entschuldigung. Ja, die hat ein bisschen auf mir. Was ist da los? Keine gar nicht. Oh, das sieht geil aus. Und dann wird das Horn wieder geblasht. Das ist schon gut, das ist schon gut. Das ist richtig, ja, ordentlich. Äh, ich bin tot. Mann, ich kann nichts denn machen. Von hinten spielen ist scheiße. Ich bin in ihr eh geflasht, Leute. Ja. Ich bin auch erwartet. Oh. Jawohl. Ja, geil. Guck mal, den letzten Kill hab ich sogar abgegeben extra. Mit Kutscher, wie der glücklich ist. Bin so glücklich, Mann. Mann, ey. An enemy is unstoppable. Boah, Alter, Kieran hat's allein, oder? Ja, ich komme. Boah, der ist schwer, Alter. Du meinst den Kill-Stil? Secure. Alter, könnten auch Rihanna kommen, die euch gleich alle Ultim-Stab dann. Wollt euch nur vorwagen. Siehst du jetzt hier? Jo. Ich hab in acht Sekunden W. Ich hab in zehn Sekunden Ult. Vier Sekunden. Zwölf. Mit Maxim Ult können wir spielen, ne? Ja, ich spiele jetzt auch mit dir. Oh, nee. Warum hat der wieder volles Leben? Wollt man auch noch? Ist aber auch am Schmurfen, ist sie aber auch. Ich kann nichts mehr machen. Ich hab so wenig Leben, Mann. Eiße. Ich denke, in der Situation kann man einen Spieler loben. Ah, Maxim, du hast das toll gemacht. Ja, 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 ja. Ich kann nichts mehr. Ich bin so useless. Aua. Du one-shottet mich einfach. Ich bin das Gefühl. Das ist irgendwie eine schwierige Geschichte hier. Oh shit, ich piss mich ein. Wer ist... Ich auch. Das ist Tronto, glaube ich. Nee. Mit der Ink. Zumindest spielt ohne Teefeer sogar. Wie kann ich's hier, Ari? Kann man gegen die Feeden? Ich hab dir richtig Bock auf euch. He's gerooded. Komm mal, ich komme. Nice, Shutdown. Das war gut, Bröki. Den hab ich mir harte Arbeit wegen Kills. Wir sind so geil, Mann. Wir sind wirklich geil. Ach, Mann, ey. Was wollen die von mir? Ich bin doch geils wert. Das ist eine Seele, die sie wollen. Oh. Was ist das? Hä? Der ist vorbeigedrückt. Kann ich nur was sein. Können wir den hier holen? Können wir den schon holen? Ich hab keinen Q. Hast du noch einen Knockout oder sowas? Ich hab einen Root. Boah, ich hab einen Kill. Ich hab einen Ball. Können wir da rein hier, ne? Ich hätt noch nur Ulti, ne? Guck mal hier, die Lux. Ich werde leider von der MF penetriert. Während ich hier holen. Das war doch nice. Haben wir noch Warte? Ich hab noch UL. Ich hab noch Risch 4. Komm, wir machen die Ure jetzt. Die UL. Oh, die MF. 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 Diese Niederlehne, ne? Die hat Potenzial. Das ist ein ungeschliffener Rohdiamant. Die ist so frech, die Ori, ne? Sehr gut. Alter. Maxi Markov. Einfach ne Maschinen. Das ist komplett. Das ist wirklich gut. Ich find's aber gut, dass du hinten mein Kill geklaut hast zwischendurch noch. Ja, ja. Den hab ich... Sie haben ihn gesichert. Ich hab keinen Engage mehr. Ich hab keinen W mehr. Oh, der Niedergesperr. Oh, der geht da rein. Oh, ja. Bum. Na klar. Alter, das ist LCS, oder? Das ist schon besser als LCS. Das ist alles, der Smythe in 15. Gibt nicht nach einem Feind für uns. Troll kann nichts machen. Nichts. Aber die Oriana und die MF können einiges... Ja. Die haben gemisst. Die haben gemisst. Die haben gemisst. Ich hab ne vier getroffen. Also, ich geh da lieber weg vom Baron, will ich das nochmal so sagen. Ich hab auch wenig Mana. Ich hab Ult in drei. Ult in drei. Ult in drei. Ich hab nur einen W. Ich hab nur einen W. Stark. Ihr seid wirklich gute Spieler. Ey, was ein Comeback hier. Das ist ja doch ne Story hier. Das ist wirklich ne Story. Diese Knidderly, die carriert die Kiana auf ihren Schultern. Kommt schon, wie gesagt, die P ab. Also, wenn ihr den CC'd, dann kann ich den CC'n, ja. Alter. Oh, die MF, die ist los. Fuck. Uiuiui. Hab ich. Schockwave. Die Ult war sehr krass. Oh mein Gott. Ey, ich hab die falsche Taste gedrückt. Schon wieder. Hast du noch was, Maxim? Mit was? Mit was? Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht schreiben. In allem. Ja, B ist doch raus. Okay, ich drück jetzt Speed. Ja, mach was. Toll. Ja, Flucht nach vorn. Ja, okay. Und jetzt? Was jetzt? Ja, tschüss. Ja, toll. Mein Sets. Ich wähle hier Defies. Als Gin. Nicht ihr. Ich brauch zwei Minus. Hab ich drei Badons. Kannst du mir die lassen? Frida? Arschloch. Kann ich rein, Leute? Ja, ich fühl mich wohl. Kommt mir keine Ult. Tag, Ult. Lecker. Einfach besser. Wir sind einfach besser. Mann, wo bin ich überhaupt? Perfekt. Oh, Maxim mit dem Flank. Das ist der Gin-Flank. Boah, Logitech-Moving, Alter. Hast du gesehen, wie ich mich bewegt habe? Alter, wie... Wie brökehle. In der besten Zeiten. Ich hab kein W, by the way. Beide W. Ich bin raus, ich bin raus. Ich geh nach Hause. Ich bin gefeiert. Ich bin gehealt. Ich hab ein gutes Team an meiner Seite. Bam! 420! Die Minesi war ja, oder? Ja. Unten der Tunnel der Troll. Wollen wir ihn töten? Ich hab genug Damage für ihn. Abfahrt. Könnt ihr ihn berühren? Das berührt. Ich hab ihn gezoned. Ich hab mich in der Mitte. Berührt. Ich muss nachladen. Okay, Brücki. Hätt schon Bock. Ich hab ein W und ich mach die alleine platt. Mit dir. Geflenkt wird sie nicht. Wo ist das? Voll. Kannst du ihn berühren? Fertig. Nein. Ich will ihn nicht berühren. Boah, der ist doch wirklich. Verstehe ich, ja. Ich hab ihn berührt. Oh, viele Leute, ihr? Ich bereue es. Starke Hits. Ja gut, der letzte war schwierig. Pass auf Uri auf, ne? Haben wir noch Bock, oder nicht? Ich hab Bock. Ich hab noch Bock mehr. Dann rein. Ich versuche, die Ori zu hiten. Die Ori ist overpowered. Die Shockwave war ja immer noch da. Ich bin dumm. Ich hab den Ball nicht gesehen. Ich hab den noch nicht gesehen, Alter. Den hat das wirklich. Schön. Ja, Leon macht das. Der Leon ist eine Maschine, Mann. So ein richtiger Top. Das ist ja Level 17, während wir alle Level 12 sind. Das ist noch so ein richtig solider Ballocher. Und was ist mit denen? Die sind so... Oh ja, das liegt so lecker aus, ne? Oder? Ja, die sind alle an der Wand. Ich bin halt noch nicht da. Das ist das große Problem. Gut gemacht. Ich hab ne 4. Äh, theoretisch. Ich treff die. Ich treff die. Und Bob. Ja, was soll das? Ich hab ihn geroodet in meiner Fantasiewelt. Ey, der weiß, dass mein Weg kommt. Das war wirklich ne Cinderella-Story hier, würde ich sagen. Was das für ein Game war. Ich fand vor allen Dingen deine Motivation, die immer noch oben war. Das war das Wichtigste. Du hast nie aufgegeben. Kein Moment irgendwie. Aber dafür bin ich auch bekannt. Also wie ein eiserner Felsen. Ja. Aus Stahl. Ey, wir haben ne 100% Gin-Win-Rate mit mir. 100% Gin-Rate? Weil wir krass sind. Ist ja immer noch ein und求er.